so wunderschönen guten morgen ich begrüße alle ganz herzlich zum guten morgen börse gemeinsam mit xtb heute ist mittwoch der 13. september 2023 und heute werden die us-inflationszahlen veröffentlicht ein schlüsselevent vielleicht für die kommenden tage wegweisend ich kann an dieser stelle schon einmal eins vorweg nehmen ich bin komplett indifferent es ist mir nett formuliert vollkommen egal ob wir bullish reinkommen bearish reinkommen ich habe aktuell keine position ich bin derzeit wirklich indifferent ich habe keinerlei präferenz weder auf der long noch auf der short seite was wir heute machen wollen ist eine idee liefern wie die zahlen veröffentlicht werden können und welche auswirkungen es hat und warum sie vor allem diese auswirkungen haben könnte mit ausblick nämlich auf die fed kommende woche ganz besonders und wir werden dann einfach schlichtweg sehen wie diese zahlen veröffentlicht werden ich habe mich gestern kurz ganz unprofessionell möchte ich fast schon sagen dabei ertappt dass ich mir dachte mensch kleine short position in der nvidia die sich weiter schwierig zeigt gegen 450 kein signifikanten break tiefer aber eben auch keine deutliche rückerung darüber haben auf den weg bringt vielleicht short zu swingen aber habe ich dann ganz strikt auch dagegen entschieden weil es einfach keinen sinn macht weil das risiko nicht kalkulieren kannst wir haben einfach die dinge die da kommen heute wird es genügend möglichkeiten geben sich sicherlich zu positionieren ausgehend von dem release und so was wir zu erwarten haben in wenigen sekunden gibt es dazu mehr zunächst der risikoinweis devisen und cfds sind komplexe handelsinstrumente die werden auf margin getradet gehen mit dem hohen risiko einher schnell geld zu verlieren sind ausgehend hiervon nicht für jeden anleger geeignet bevor man mit dem handel beginnt erstelle mal bitte sein persönliches risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen finanzberater lade sich dann auf xdb.com slash de kosten uns eine demo herunter testen der handel risikofrei und schaue ob der handel mit diesem produkt sich für ein eignet sofern man das für sich mit ja beantworten kann hat man auch die möglichkeit ein live runter zu eröffnen diesbezüglich alle informationen vollständige risikoinweis auf xdb.com slash de gerne auch die möglichkeit nutzen xdb dann in person zu kontaktieren sprich also telefonisch im berliner büro sei es eben im hinblick auf fragen plattform einrichtungen plattform funktionalitäten kontoeröffnung und sonst dergleichen alle möglichkeiten bestehen dort in eigener sache ganz kurz der hinweis alles was ich in den folgenden minuten präsentieren sind meine gedanken rund um die märkte aber bitte nicht als anlage empfehlung miss zu verstehen es handelt sich um ein rein edukatives rein informatives event gerne unterhalb des videos eure fragen stellen wenn ihr welche haben solltest kommentare teilen auch märkte die ihr gerne mal beleuchtet sehen möchtet aber bitte nichts was ich hier in den folgenden minuten präsentiere als anlage empfehlung missverstehen hier haben wir die kontaktdetails telefonnummer e mail adresse wie es beliebt einmal zu xdb als broker besser cfd broker des jahres 2023 ausgezeichnet von broker wahl die gründe dazu geführt haben hier in der mitte einmal aufgelistet ein grund mit sicherheit die superintuitive xstation 5 die man sich kostenlos als demo auf der webseite von xdb herunterladen kann und genau in dieser wollen wir jetzt einen blick werfen heute machen wir ein ja wir flippen mal durch die charts in anführungsstrichen also durch die indizes ganz besonders vielleicht auch ein kurzer blick auf gold werden sie allerdings in anführungsstrichen quick and dirty halten weil so wirklich neues haben wir nicht aus rein technischen gesichtspunkten ich möchte eher so einen kleinen theoretischen abriss mal machen wo stehen wir aktuell und warum sind die heutigen inflationszahlen von interesse der dax gestern vorgestern war es mit einem versuch auszubrechen über 15 800 gescheitert zurückverkauft worden und handelt jetzt wieder im bereich dieser wichtigen unterstützungsregion zwischen 15.500 15.600 dann müssen wir mal schauen ob ein break tiefer stattfindet sollte es zu einem behrenden impuls kommen seitens der us actor ganz besonders ab 14.30 dann wäre denkbar dass wir diese wichtige support region brechen das könnte dann auch der wegbereiter für einen dynamischen job in den kommenden tagen tatsächlich sein der weitere abwärtsdynamik richtung 15.000 vielleicht sogar tiefer auf den weg bringt im hinblick auf den s&p erkennen wir panel wie um die 50 tage linie ist aktuell nicht bullish nicht bearish meiner einschätzung nach hat sich in den letzten tagen so ein bisschen geziert klare impulse zu liefern also wir handeln in anführungsstrichen inmitten einer range auf der oberseite würde ich sagen die region 4550 ist es ungefähr das ist eine widerstandsregion die rausgenommen den weg richtung jahreshochs aktivieren würde halten wir unterhalb droppen wir erneut unter die 50 tage linie droppen unter die aktuellen tiefs hier um 4.430 wäre nicht auszuschließen dass wir zeitnah nochmal die 4.370 an liefen auch hier müssen wir abwarten in welche richtung der abprall erfolgt das gleiche nahezu fast identisch wenn auch relativ ein bisschen stärker vielleicht haben wir hier im nasdaq sehr sehr identisches bild haben diese indifferenz die spiegelt sich meiner einschätzung nach kurzfristig auch ganz klar dahingehend wieder dass wir beim blick hier auf den etf auf den s&p 500 den spider um die fünf tage linie pendeln das ist der ema 65 auf 30 minuten basis also fünf tage linie und wir pendeln um dieses level break drüber break drunter gap drüber gap drunter und das ist ein zeichen von indifferenz aktuell vielleicht eine leichte tendenz eher short mit diesem leichten überrollen aber ich würde es nicht überbewerten also wir harren einfach der dinge die da kommen gleiches bild sehen wir hier in den queues das ist der etf auf den nasdaq 100 und ja somit sind wir dann bei einem heutigen impulsgeberpotenzial nämlich den us inflationszahlen wir ganz kurz einmal hier auf den kalender gehen da können wir sehen verbraucherpreisindex hier und hier also auf jahressicht 3,6 prozent ist die erwartung nach 3,2 prozent im vormonat dieser abtick nachvollziehbar vor dem hintergrund der jüngsten entwicklungen im rohstoffsektor ganz besonders öl mit neuen jahreshochs in den letzten tagen wir sehen auch wenn wir hier einmal draufklicken die jüngste entwicklung also top out bei 9,1 prozent das war letztes jahr im juli für juni die zahlen die veröffentlicht worden sind dann gab es zwölf monate in folge niedrigere inflationsprints und eine bodenbildung gegen drei prozent die hatten wir schon zum thema gemacht auch im guten morgen börse gemeinsam mit xtb häufiger dass ich gesagt habe durch die ölpreisentwicklung ist nicht auszuschließen dass wir kurzzeitig mal eine bounce sehen das konnte man auch frühzeitig denke ich erkenne gute indikationen sind dort beispielsweise die subkomponenten in den einkaufsmanager in die csa sm zum beispiel zum manufacturing zum non manufacturing bereich dass man sich dort die pay prices anschaut hat man schon so eine leichte bodenbildungstendenz gesehen oder zumindest ein boden ja bodenbildungstendenz leichtes aufbegehren leichtes aufdrehen vielleicht und ja nunmehr ist die frage grob gesprochen kommen wir drüber rein kommen wir drunter rein 3,6 werden es 3,7 werden es 3,5 und vor allem wie reagiert der markt da drauf dazu müssen wir uns erst mal vergegenwärtigen wo wir aktuell im hinblick auf die erwartungshaltung des marktes stehen das ist ganz wichtig an dieser stelle und deswegen werfen wir mal kurz hier einen blick auf die sogenannten economic projections das ist ein wichtiges dokument was man sich besorgen kann kostenlos seitens der fed zur verfügung gestellt und nächste woche gibt es das nächste update im hinblick auf diese economic projections die werden drei monatlich veröffentlicht und geben dann einen ausblick der stimmenrechtlichen fed mitglieder wo sieht die die us-kommission im derzeitigen umfeld das ist das mal für technische technisch versierte für volkswirtschaftsstudenten und dergleichen sicherlich interessant warum steht sie da und so weiter und analysiert für uns als trader ist seite 4 relevant seite 4 mit dem sogenannten fed dot plot da entspricht jeder punkt einem stimmberechtlichen fed mitglied und da wird dann gesagt oder abgefragt wo sieht das jeweilige fed mitglied den leitzins am ende von 20 23 20 24 25 und auch im längeren mittel und was wir haben jetzt sehen können im juni war dass wir einen sogenannten uptick gesehen haben hat der ein oder anderen sich vielleicht daran wir lagen bei 500 bis 525 für den märz und sind dann mit der mehrzahl der punkte nach oben gewandert dass einfach die fed mitglieder gesagt haben wir erwarten dass wir am ende des jahres 2023 leitzins technisch bei 550 bis 575 basispunkten liegen also man sieht dann hier entsprechend eben dieses zinsband innerhalb dessen wie das denn sich visuell darstellt beziehungsweise wie man es verstehen kann was jetzt die frage ist ist ändert sich das ich kann mir vorstellen nein das ist nächste woche aber ausgehend von dieser erwartungshaltung positioniert sich natürlich der terminmarkt und wenn wir da mal einen blick werfen auf das sogenannte fed watch tool dann erkennen wir für jetzt nächste woche erstmal beispielsweise dass aktuell wir bei 525 bis 550 liegen und wir auch nächste woche nicht groß erwarten dass sich daran etwas ändert aber es ist ja ende 23 also wo stehen wir denn ende 23 und bei diesem tab hier im fed watch tool zeigt sich dass rund 56 prozent der markte also leicht mehr als die hälfte 525 bis 550 erwarten die übrigen in dem fall 44 prozent sind es ungefähr 550 bis 575 man erkennt hoffentlich die diskrepanz die fed sagt innerhalb ihres eigenen dokumentes ende des jahres sind wir mit der mehrzahl der stimmberechtigten fed mitglieder bei 555 550 bis 575 basispunkten der terminmarkt sagt das sehen wir nicht aus diesen und jenen gründen zu restriktiver geldpolitischer kurs inflation kommt schneller rein wie auch immer geartet und genau daraus lassen sich jetzt szenarien skizzieren für den heutigen verlauf und warum auch die inflation die aktuelle mittelpunkt der entscheidungen der fed eben steht ziehen man könnte nämlich dahingehend argumentieren dass man sagt kommt die inflation unter der erwartung rein bei 3,5 dann sollten diese also 3,5 3,4 prozent je nachdem dann sollten diese rechten balken diese 44 prozent sich eher in richtung 525 bis 550 verschieben und in richtung der argumentation fed is done also es gibt keine weiteren zinsschritte das wäre eine einfache herangehensweise alternativ inflation 3,6 erwartet 3,7 3,8 prozent über der erwartung dann verschiebt sich dieser balken 525 55 richtung rechts in richtung 550 575 also das was die economic projections uns im juni gesagt haben wie die sich da nächste woche darstellen das werden wir sehen aber infolgedessen ließe sich eine trendentwicklung eventuell erkennen also dass der markt ausgehend davon entsprechende reaktion auf den weg bringt und dann ist natürlich unsere aufgabe als trader zu sagen okay und jetzt müssen wir gucken wie reagiert der markt darauf geldpolitisch lockerer oder wir sind fertig mit zinsanhebungen das wäre eher positive aktien das heißt also inflation unter der erwartung eher bullisch während wir in der inflation über der erwartung eher bärisch erwarten würden weil man kennt ja diesen gemeinhin spruch anziehende zinsen sind eher gift für aktien wie stark solch ein impuls dann stattfinden und dergleichen das gilt es abzuwarten und ganz besonders gilt es erstmal abzuwarten und deswegen kommen wir und da schließt sich der kreis zu dem was ich gerade sagte ich bin indifferent dann wird sich auch vor allem zeigen wie regiert der markt darauf wir hatten zum beispiel ja im juni als es diese economic projections gab meine tendenz ging damals dahin dass er diese punkte sich nach unten orientieren die wurden dann oberhalb von 525 also 500 bis 525 veröffentlicht wir haben dann in den folgetagen erst mal noch eine squeeze auf der oberseite gesehen also auf restriktiven kurs der bullische reaktion die du eigentlich nicht erwarten würdest was sehr stark war und dann auch sich da in meiner einschätzung nach widerspiegelte dass wir in den folge wochen noch neue ares hochs markiert haben aktuell wie gesagt ich bin indifferent wir schauen wie diese zahlen veröffentlicht werden werfen dann morgen einen blick drauf und vor allem wie der markt reagiert wir haben vielleicht im einzeltitel bereich weiter mit einer tesla einen relativ starken kandidaten vielleicht mit einer nvidia ausgehend von der halbleiter performance jüngst relativ schwachen kandidaten aber wie gesagt wir haben die dinge die da kommen heute 14.30 platzionszahlen und dann schauen wir mal was wir daraus machen können happy trading das obere stops auf habt euch wohl bis dann